Chris O'Neill Chris O'Neill verrät, Madeleine ist ein Serien-Junkie Seit 2013 gehört Chris O'Neill, 43, zur schwedischen Königsfamilie. Der Investmentbanker mit US-amerikanischer und britischer Staatsbürgerschaft führt seitdem ein Leben unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Doch sein Erleben mit Prinzessin Madeleine von Schweden, 35, scheint nicht unbedingt königlich, sondern ganz normal zu sein. In einem Interview plauderte er jetzt aus, wonach seine Frau ganz verrückt ist. Offensichtlich vertreibt sich Madeleine ihre Zeit gern vor dem Fernseher. In einem Interview mit dem schwedischen Männermagazin King erzählte, dass seine Liebste ein wahrer Serien-Junkie sei. Da verschlinge sie schon einmal mehrere Folgen hintereinander, Madeleine macht das, wenn sie eine Serie für sich entdeckt. Kroll oder so it's. Damit ist die 35-Jährige offenbar auch ein Fan von Meghan Markle, 36. Da wird sie sich sicher freuen, die Ex-Schauspielerin und Verlobte von Prinz Harry, 33, bald mal persönlich als Adelskollegin kennenzulernen. Chris selbst lese übrigens lieber und verschlinge Miet unter bis zu drei Bücher pro Woche. Dass das Leben als Ehemann einer waschechten Prinzessin nicht immer leicht sei, erzählte der 43-Jährige ebenfalls. Mein Leben ist komplizierter geworden. Ich habe davon auch keine Vorteile in meinem Beruf. Manchmal beklage ich mich bei Madeleine darüber. Aber man lernt, damit zu leben, gestand der bald dreifache Vater. Hättet ihr gedacht, dass Madeleine ein Serien-Junkie ist? Mein Leben ist ein Unbewegter. Das heißt, ich habe' wissen, dassel und Fernse zurückzuziehen. Das ist er. So, wenn ich die Verkaufel schmerzt, ist, dassel und das heißt, in der Zeit,